Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis fanden ineinander die große Liebe, oder doch nicht? Immer wieder müssen sich die beiden heftigen Fake-Vorwürfen stellen. Wie echt ist ihre Liebe wirklich? Daniela Katzenberger – Hochzeit mit Lukas Kordalis Seit 2014 sind Lukas Kordalis und Daniela Katzenberger unzertrennlich, die beiden TV-Stars fanden ineinander die große Liebe. Gemeinsam lebt die Familie auf Mallorca, und das, obwohl sich Daniela Katzenberger sehnlichst wünscht, zurück nach Deutschland zu ziehen. Töchterchen Sophia machte 2015 das Glück der beiden perfekt und 2016 läuteten für die Kult-Blondine und den Schlagerstar die Hochzeitsglocken. Die Hochzeit von Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis löste in Windeseile große Diskussionen aus. Der Grund? Die Kult-Blondine und der Schlagerstar ließen 2016 ganz Deutschland an ihrer Eheschließung teilhaben. Und machten kein Geheimnis aus ihrer Liebe, begleitet von TV-Kameras, wurde die Zeremonie live im Fernsehen übertragen. Und während sich Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis augenscheinlich vor Millionen von Zuschauern das Jahr Wort gaben, kursierten in den Medien die ersten Gerüchte rund um eine Fake-Hochzeit. Bis heute halten sich die Spekulationen rund um ihre Ehe in der Öffentlichkeit. Doch wieso zweifeln so viele an der Liebe zwischen Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis? Schließlich wirkte im TV damals alles so romantisch. Nach der TV-Übertragung veröffentlichte Bild allerdings, dass Lukas Kordalis in einem offiziellen Schreiben ledig bei seinem Familienstand angegeben haben soll. Dies würde bedeuten, dass sich Daniela und Lukas zwar vor Gott und der Kirche das Jahr Wort gaben, ohne eine standesamtliche Eheschließung aber keine rechtskräftige Ehe in Deutschland führen würden. Infolgedessen wurde in den letzten Jahren auch immer wieder über Trennung spekuliert, die Gerüchte bestätigten sich allerdings nie. Damals fragte die Nachrichtenagentur Spot-on-News bei Norbert Fink nach, der Pfarrer hatte die beiden damals getraut. Dieser bestätigte, die beiden sind kirchenrechtlich vollgültig verheiratet. Daniela Katzenberger äußerte sich ebenfalls zu den Vorwürfen und witzelte mit ihrer gewohnt ironischen Art via Facebook. Die Kirche war aus Pappe, der Pfarrer war ein Schauspieler, das Kleid war schnell irgendwo geliehen. Ach ja, und meine Tochter ist auch Fake. Ja, ich bin mir sicher, dass man dies Hochzeit nennen kann, mit allem was dazu gehört. Eindeutiges Statement zu Vorwürfen Dass Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lukas Cordalis eine kirchliche Hochzeit gefeiert haben, stand bisher allerdings immer außer Frage. Fans und Follower wunderten sich lediglich um die Rechtskräftigkeit der Ehe, schließlich ist nicht offiziell bekannt, dass Daniela und Lukas sich auch standesamtlich das Jahr Wort gaben. In ihrem Podcast Katze Cordalis sprachen Daniela und ihr Mann Lukas 2022 erneut das Thema an. Über die Anfänge ihrer Beziehung berichtete Lukas, obwohl natürlich damals die Leute gesagt haben, diese Beziehung, dass sie Fake ist. Eine Aussage, die bei Daniela Katzenberger auf absolutes Unverständnis traf. Die dachten wirklich alle, das ist ein PR-Gig. Also wer kommt denn auf sowas? Eine Beziehung als PR-Gig? Vor allem mit Gig. Voll witzig. Klare Worte, die wohl deutlich sagen, dass die Katze und der Schlagersänger genug von den Spekulationen haben. Wie ihre Ehe und ihr Privatleben funktioniert, konnten die Zuschauer in den letzten Jahren bereits in Danielas zahlreichen TV-Shows mitbekommen. In Sendungen wie Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca oder Daniela Katzenberger, natürlich blond, lüfteten die beiden bereits das ein oder andere Geheimnis rund um ihre Beziehung. Wie echt ihre Ehe tatsächlich ist, wissen abschließend wohl aber nur die beiden selbst. Wie ist das? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020